20.12. bin immer total gespannt was denn heute im adventskalender drin sein könnte und deshalb schauen wir direkt mal nach ja wie ich liebe das hatten wir schon mal aber nur einmal also jetzt das zweite mal das war dieses gott ich kann mich mit diesen handy spielen halt echt nicht aus aber wo man glaube ich mit der addition und dann die zusammen muss ja genau da mache ich das mal ich gucke auf die uhr okay so vier fünf minuten länger nicht ich werde auch vorher wahrscheinlich schon versagen aber es ist wenigstens irgendetwas anderes zwar würde ich mir das jetzt freiwillig für das handy nicht holen aber es ist okay äh Okay. Okay, warum hab ich nochmal gesagt, ich mach die Kacke hier? Also Spaß habe ich an der ganzen Geschichte hier nicht so. Also ich versteh's aber auch nicht. Also naja. Vielleicht schaffe ich ja hier meinen alten Rekord da oben. Ich hab's jetzt schon einmal gespielt gehabt, weil ich erschüttert war, dass was Neues drin war. Und vielleicht schaffe ich ja meinen alten Rekord in der Zeit. Ich bezweifle's zwar irgendwie, weil es ist einfach zu früh, dass ich hier irgendwas auf die Reihe bekomme. Okay. Okay. Ich hab's jetzt auf die Reihe bekomme. Ich bin genau Oh Gott, ich habe gedacht, ich gehe hier schon K.O., aber irgendwie will das Spiel nicht. Oh Gott, ich gehe hier schon. Oh, zieht sich das hin, zieht sich das hin. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, gleich gehe ich K.O., wenigstens etwas. Ach, hier habe ich nicht die Punkte geschafft, die ich schon mal hatte. Na ja, aber ich habe es nochmal gespielt. Es hört sich an, wie dabei sein ist alles oder so ein Scheiß. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gedacht, ich gehe K.O. Oh Gott. Warum denn nicht? Oh Gott. 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 freigeschaltet der reinste shit hier ich gehe einfach nicht k.o. das kann doch nicht sein soll ich das hier nächstes mal um vier morgen spielen oder was ist ja echt anstrengend nicht zu gehen also das wollte ich nicht ja egal dann gehe ich wenigstens gleich eventuell k.o. ja Ey, das kann nicht wahr sein. Wie kann man denn bitteschön nicht K.O. gehen? Also ich bin jetzt schon über meiner Zeit drüber. Aber wirklich, Leute. Wenigstens kriege ich bei dem Spiel keine Nervenzusammenbrüche wie bei anderen. Und die 24,99 Euro, die es damals auch gekostet hat, müssen sich ja auch irgendwie lohnen. Ja. So. Geht hier gar nicht mehr. Ja, mhm. Oh Mann, ey. Okay. Zum Glück. Geschafft. Und ich hab den alten Rekord gebrochen. Und, totale Begeisterung, dieses Spiel war erst das zweite Mal da drin. Das ist eigentlich richtig krass. Ich bin total begeistert. Da können wir ja quasi mit richtig guter Begeisterung schauen, was morgen drin ist. Auch wenn's wahrscheinlich nichts Neues sein wird. Weil, ah, da hätte man sich ja was überlegen müssen. Gucken wir morgen rein. Ciao, bis morgen. Tagmin. Tagこちら. economical. Tag. Tag. xaar dispose.